Es gibt jetzt keine Präsentation und keine Flipchart oder irgendwas. Ich werde einfach mal so reden und ihr hört einfach so zu. Hoffentlich funktioniert das. Ich lese so ein paar Sachen vor. Das sind so Stellen aus manchen Büchern oder Zeitschriften und zwischendrin habe ich auch noch so selber ein paar Sachen zu sagen. Es geht um das SNAFU-Prinzip. Das SNAFU-Prinzip ist eigentlich so im Kern der diskordischen Philosophie. Und die diskordische Philosophie ist eigentlich so im Kernbestand dessen, was so Hacker und Chaoten gut finden, wichtig finden. Allerdings ist das, glaube ich, in den letzten Jahren vielleicht auch von vornherein schon nicht so ganz präsent gewesen. Oft mehr so als Folklore, wenn man jetzt auch so auf Nerd-Veranstaltungen mal so rumfragt, wissen eigentlich meistens nur wenige, was das mit dem SNAFU-Prinzip genau auf sich hat. Und wir kennen vielleicht noch so das Wort oder haben so eine kurze Assoziation dazu. Ganz kurz könnte man sagen, dass es eine zutiefst anarchistische Idee ist, dass im Endeffekt die ganze Gesellschaft umgewälzt werden muss, damit man sich erst mal richtig unterhalten kann. Oder dass man es auch umdreht, dass so lange soziale Beziehungen von Hierarchien und autoritären Abhängigkeiten geprägt sind, dass es mit der Kommunikation irgendwie essig ist. Den ersten Auftritt hatte das SNAFU-Prinzip in der Illuminatus-Trilogie von Robert Scheer und Robert Anton Wilson, 1975. Diese Trilogie kann man als den vermutlich am weitesten verbreiteten diskordischen Text bezeichnen, das über 100.000 Mal verkauft wurde, noch in den 70ern, allerdings vermutlich auch weniger gelesen. Diese Trilogie steckt auch noch voller anderer anarchistischer Ideen, auch ganz vieler anderer diskordischer Konzepte, die also auch zum großen Teil aus diesen Büchern stammen. Oft werden zum Beispiel verschiedene Modelle verwendet, um dasselbe Ereignis oder denselben Gegenstand zu beschreiben. Und es wird also erst mal die Wertung rausgelassen, welche dieser Beschreibung jetzt korrekt ist. Eine der Hauptfiguren, vielleicht sogar die Hauptfiguren dieser Trilogie, Hegbert Selene, hört dann beim Militär zum ersten Mal das Wort SNAFU und auch was das ausgesprochen dann bedeutet und sagt spontan Situation normal, all fucked up, that really sums it up, that really says it. Also das sagt eigentlich alles. Warum hat er das zum ersten Mal in der Armee gehört? Weil es auch daher stammt, also aus dem Zweiten Weltkrieg, aus der US Army, so im Frühsommer 1941 wird das ungefähr vermutet, gab es halt leicht gelangweilte Funker, die also die fünf buchstabigen Morsecode-Buchstabengruppen dann ausformuliert haben, so aus Langeweile. Also in der US Army gibt es halt sowieso relativ viel Gebrauch von Akronymen. Also einerseits so offiziell, zum Beispiel gibt es in der Ausbildung dieses Base-Prinzip für die Schützen-Ausbildung, also breathe, aim, slack, squeeze, durchatmen, zielen, lockerlassen, abdrücken. Oder halt dann auch so inoffizielle Sachen wie zum Beispiel im Vietnamkrieg wurde dann das Akronym Fogazi geprägt. Fucked up, got ambushed, zipped in, also in die Scheiße geraten, in den Hinterhalt geraten und in den Leichensack geraten. Also haben Sie sich jetzt praktisch diese fünf buchstabigen Wortgruppen genommen, die Sie halt morsen sollten, diese kodierten Abschnitte. Und als Sie bei dieser Buchstabengruppe SN AFU ankamen, war wohl das AFU sehr schnell assoziiert. Also all fucked up hatten Sie wohl sofort auf dem Schirm. Das mit dem SN dauerte ein kleines bisschen länger. Und dann hatten Sie halt Situation normal, all fucked up. Könnte man jetzt dezent übersetzen mit alles wie immer, alles im Eimer. Oder um jetzt der Derbheit des Originalspruchs gerechter zu werden, vielleicht alles wie immer, alles im Arsch. Andere Leute haben vorgeschlagen, Operation erfolgreich, Patient tot, wäre vielleicht die bessere deutsche Entsprechung. Aber das geht dann auch schon wieder mehr in diese spätere Wulsenverwendung. Es ist noch im Zweiten Weltkrieg dann so populär geworden, dieser Begriff SN AFU, dass es dann sogar so populäre Lehrfilme für die Soldaten gab, wo Private SN AFU dann halt in alle möglichen Fallen hineintappt. Also da ist sozusagen dieser Normalzustand, der wenig hinhaut, schon einfach eher, dass sich einfach alle wie die letzten Idioten benehmen. Das ist noch nicht ganz die spätere Bedeutung, die dann eben von Scheer und Wulsen in der Illuminatus-Trilogie entwickelt wird. Da ist dann eben Hegbert Céline erst mal so mit diesem Begriff unterwegs, um so eine Ahnung zu bezeichnen, dass halt die ganze Welt so grundsätzlich verkehrt ist. Er sagt am Anfang noch, dass er nicht mehr so genau versteht, wogegen er eigentlich kämpft und dass er es erst mal mit SN AFU-Prinzip bezeichnet, ohne es genau zu verstehen. Und das ändert sich dann aber im Laufe der Bücher, wo also auch Hegbert selber derjenige ist, der das ausformuliert. Er ist in dieser Trilogie die Figur, mit der die Autoren dem Staat etwas antun wollten. Also das war auch ihre eigene Erklärung dazu. Sie wollten, also diese Figur erkennt halt, in welchem Ausmaß Staat und Regierung, Hierarchien und Autoritäten das menschliche Potenzial an der Entfaltung hindern. Und Hegbert Céline erklärt allen Regierungen der Welt den Krieg. Er betätigt sich fortan von einem U-Boot mit tödlicher Bewaffnung aus im Schmuggel. Der Anlass für diese Entscheidung, also wirklich mit den Regierungen, mit den Staaten der Welt zu brechen, ist halt tatsächlich auch die Formulierung des SN AFU-Prinzips. Das ist der entscheidende Trigger. Und das gibt er später so wieder. Ich muss das jetzt mal kurz aus dem englischen Original übersetzen. Ich hoffe, dass es nicht so kryptisch wird. Personen handeln nicht aufgrund eigenen Urteils oder eigener Erfahrung, sondern nach Anleitung von oben, Anweisung von oben. Daher sind persönliche Erfahrungen und persönliches Urteil nicht funktional. Diese Funktionen werden weniger wirklich. Der Organismus ist, wie Marx es formuliert hat, ein Werkzeug, eine Maschine geworden. Diejenigen an der Spitze der autoritären Pyramide tragen eine ähnliche und entgegengesetzte Last, nämlich die der Allwissenheit. Alles, was der dienenden Klasse verboten ist, also dieses ganze Wahrnehmungsnetz, das wird von den Angehörigen der herrschenden Klasse geradezu verlangt. Sie müssen versuchen, das Sehen, Hören und so weiter für die ganze Gesellschaft mitzumachen. Aber jemandem, der eine Knarre in der Hand hält, sagen die Menschen in der Regel nur, wovon sie annehmen, dass er deswegen nicht den Auslöser ziehen wird. Das heißt, man könnte zusammenfassen, dass das Nafu-Prinzip beschreibt, wie die Kommunikationsstrukturen in vertikalen Organisationen funktionieren oder eben nicht funktionieren. Also aus Angst dann immer von unten nach oben ausgefiltert wird, in der Praxis also am häufigsten einfach gelogen. Und dass je weiter oben sich jemand in dieser Pyramide befindet, also ein immer verzerrteres Bild von der Welt bekommt. Das heißt, zum Schluss sind diejenigen, also zum Schluss wissen diejenigen, die die Entscheidung treffen, immer weniger, was eigentlich los ist. Und diejenigen, die es eigentlich mitbekommen, kennen eigentlich auch nur ihren Ausschnitt und sollen im Grunde auch selbst gar nichts entscheiden. Denn Olsen schreibt, so geraten wir in eine Situation, die bei der Armee Optimum Snafu genannt wird, die oben erfahren nie etwas, was sie veranlassen könnte, den Informanten zu bestrafen und die unten halten den Mund über all das, was sie tatsächlich mitkriegen. Bei Autorität handelt es sich um eine Beziehungsqualität, die der Anerkennung bedarf. Also man könnte salopp sagen, Autorität ist, wenn keiner an der falschen Stelle lacht. Hierarchien versuchen also, sich unangreifbar zu machen. Versuchen geschlossen zu wirken. In diesem Abschluss gegen Kritik lauert aber dann genau der Wirklichkeitsverlust. Wer den Eindruck vermittelt, nur Genehmes hören zu wollen, wird weniger über die Außenwelt wie auch über sich selbst erfahren. Dann kann er für nichtgenehme Äußerungen Sanktionen verhängen und verstärkt sich dieser Effekt. So sagt dem Kaiser in Hans-Christian Andersens Märchen niemand, dass er eigentlich nackt herumläuft. Nochmal ein kurzes Zitat von Wilson dazu. Jede Hierarchie ist ein Kommunikationssalat. Jede herrschende Elite leidet an progressiver Desorientiertheit. Je länger sie herrscht, umso verrückter wird sie. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass jedermann die Mächtigen belügt, einige um der Bestrafung zu entgehen, andere um zu schmeicheln und Gunst zu erlangen. Daraus folgt, dass die Elite zu einer recht schiefen Ansicht in Bezug auf die Welt gelangt. Das Individuum oder die jeweilige Gruppe an der Spitze ernährt nur jene, die schmeichelnden und täuschenden Schund darbringen. Herbert Selin sagt dann allerdings auch, es ist nicht nur die Armee, es ist die ganze Welt. Also insgesamt, also bezogen wirklich auf jede Hierarchie, wie flach oder informell sie auch sein mag, alle erzeugen sie dieses Kommunikationsdilemma, das Ausfiltern von unten nach oben, aus Angst vor der jeweiligen Sanktion. Das kann natürlich dann sehr unterschiedlich ausfallen. In der Armee bestimmte Disziplinarmaßnahmen. In der Arbeitswelt ist es dann die Kündigung. Die praktischen Erscheinungen dieses Ausfilterns sind dann am häufigsten einfach Lügen, Notlügen, Ausreden, auch einfach versuchte Manipulationen. Das ist immer abhängig von der Sanktionsabwägung. Kurz Impression aus der KPD in den Zwanzigern, wie das Klaus-Michael Meilmann, dieser Historiker, wiedergegeben hat. Denn gerade weil die Parteiangestellten existenziell von der Zentrale abhängig waren, mussten sie auch alles daran setzen, sich selbst und ihre Arbeit ins richtige Licht zu rücken, lieferten sie Berichte in dem häufig beliebten Stil. Alle Aufträge glänzend ausgeführt, alles steht zum Besten. So, und eigentlich weiß man ja dann immer schon, dass es das nicht bedeutet. Auf der jeweils höheren Ebene, an die diese Informationen dann eben nicht weitergegeben werden, herrscht dann ein entsprechendes Informationsdefizit, das oft erst mal gar nicht bemerkt wird. Nicht zuletzt, weil Menschen auch sehr kreative Ideologen sind. Und wenn es dann doch mal bemerkt wird, weil also die Nebeneffekte davon vielleicht doch zu sehr auffallen oder weil jemand dann die andere Seite doch vielleicht besser kennt, dann gibt es in der Regel erst mal so den Versuch der Nachfrage noch mal, wir können doch drüber reden. Das ist natürlich aber dann auch meistens gleich endet, außer wenn sich die Sanktionsabwägung verändert hat in der Zwischenzeit, wo es so einen Konfessionsdrang gibt. Nun habe ich ein kurzes Stück aus dem Roman Der 21. Juli von Christian von Wittfurt, wo es um so eine alternative Geschichte geht, wo das Attentat auf Hitler 1944 gelingt und da gibt es eine Unterhaltung zwischen dem Chef des sowjetischen Geheimdienstes und einem seiner Untergebenen. Das schildert von Wittfurt so, wer in der Sowjetunion traute sich, seinem Vorgesetzten die Meinung zu sagen, ohne sie sorgfältig nach allen Seiten hin abgewogen zu haben. Es war gefährlich, sich auf eine Position festzulegen, vor allem dann, wenn man nicht wusste, was die Vorgesetzten oder die Partei entscheiden würden. Offenbar hatte Ivanov, also dieser Untergebene, keine Angst vor ihm. Und dann kommt halt genau diese Ansprache, so dieses, wir können doch über alles reden. Der Chef sagt also zu seinem Untergebenen, Maris Mikhailovich, wir sind hier unter uns, nichts, was hier gesprochen wird, dringt nach draußen. Ich bitte Sie, sagen Sie Ihre Meinung. Sie sind ein tapferer und kluger Mann. Ich kenne Ihre Personalakte. Sie werden es noch weit bringen. Wer nach oben will, muss manchmal etwas riskieren. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viel Schaden der Sowjetunion entstanden ist, weil Funktionäre und Offiziere im entscheidenden Augenblick das Maul nicht aufgekriegt haben. Wenn Sie offen mit mir sprechen, riskieren Sie nichts. Ich werde es für mich behalten. Sind Sie einverstanden, Baris Mikhailovich? Da ist genauso dieser Double-Bind drin, dass man im Grunde auch schon raushört aus dieser Ansprache, dass es offensichtlich die Möglichkeit von Sanktionen auch gibt. Aber es ist so netter verpackt. Wenn das dann nichts bringt, dann gibt es auch noch den Versuch, das erzwingen, also im härtesten Fall dann durch Folter oder durch andere Androhungen von Zwangsmitteln. Wieder gibt es dann vielleicht eine andere Sanktionsabwägung, ob dann dieser Zwang im Zweifelsfall schlimmer ist als die Konsequenzen der Wahrheit. Wenn das auch alles nichts bringt, dann fangen nochmals das ganze Systeme, ganze Strukturen an mit Spionage. Dann wird also versucht, irgendwie trotzdem hintenrum auszubekommen, was da eigentlich vor sich geht. Man versucht, die Leute zu unterwandern, zu kontrollieren, irgendwo Kameras aufzuhängen. Da haben wir ja hier heute und gestern auch schon viel anderes drüber gehört. Das funktioniert allerdings eigentlich nur dann wirklich gut, wenn die Hierarchie besonders krass funktioniert und die Leute nicht das so weit verinnerlicht haben. Also wenn man tatsächlich mit Leuten zu tun hat, die diese Hierarchie einfach für selbstverständlich und natürlich halten, dann gibt es da nicht viel rauszukriegen. Dann hat man es dann eher mit zynischen Spionen zu tun, die nach oben dann auch solche Berichte weiterreichen und so tun, als hätten sie was rausgefunden. Noch mal vielleicht aus der KPD der 20er Jahre. Diese Selbstbeweihräucherung produziert in ihrer Summe eine erhebliche Verzerrung des Blicks auf die Wirklichkeit innerhalb und außerhalb der Partei und dürfte nicht unwesentlich zu den oft katastrophalen Fehleinschätzungen der KPD-Führung beigetragen haben. Die Feststellung im organisatorischen Bericht der Zentrale an dem Parteitag 1925, dass man sich nicht nur auf die Berichte, die von den Bezirksleitungen bei der Zentrale eingingen, verließ, sondern einen besonderen Kontrolleur einsetzte, dessen Aufgabe es ist, fortlaufend den organisatorischen Zustand der Bezirke zu überprüfen, war zwar ein deutliches Zeichen des Misstrauens, insgesamt aber eher ein Blöff. Denn die Möglichkeiten der Kontrolle waren nicht sehr groß. Die Lektüre der Bezirkspresse gab diesbezüglich nicht allzu viel her, da sich deren Redakteure, die gleichfalls opportunistische Fehler vermeiden wollten, immer mehr auf die Sprachregelung von oben beschränkten, kaum einmal ungeschminkt über die Lage vor Ort, die realen Differenzen und die wirkliche Politik der Basis berichteten. Schub man die Bezirkspresse auf, dann sah man sich in der Org-Abteilung des ZK darum mit einem Echo-Effekt konfrontiert, einer zirkulären Kommunikation, die langweilte, aber keine Kontrolle ermöglichte. Es geht beim Schnafu-Prinzip allerdings nicht nur um Armee und nicht nur um Staat und Parteien, das ragt viel weiter in den Alltag hinein und vermutlich ist das Feld des umfangreichsten Wirkens des Schnafu-Prinzips die Arbeitswelt. Dazu habe ich erstmal einen vielleicht sogar einigermaßen bekannten des kordischen Textes, den ich trotzdem unglaublich gerne nochmal wiedergeben mag über das Berichtswesen in Unternehmen. Zu Beginn gab es den Plan, dann kamen die Annahmen und die Annahmen waren ohne Form. Der Plan war ohne Substanz und Dunkelheit war auf den Gesichtern der Arbeiter. Und sie redeten und sagten, das ist alles scheiße und es stinkt. Und die Arbeiter gingen zu ihren Aufsehern und sagten, es ist wie ein Haufen Kompost und wir können mit dem Gestank nicht leben. Und die Aufseher gingen zu ihren Managern und sagten, es ist ein Container voll mit Exkrementen und es ist sehr stark, sodass niemand es ertragen kann. Die Manager gingen zu ihren Direktoren und sagten, es ist wie eine Ladung von Düngemitteln und niemand kann seine Stränge ertragen. Die Direktoren sprachen unter sich und sagten, es enthält das, was Blumenwachstum anregt und es ist sehr stark. Die Direktoren gingen zu den Vizepräsidenten und sagten, es fördert das Wachstum und ist sehr stark. Die Vizepräsidenten gingen zum Präsidenten und sagten, dieser neue Plan wird aktiv das Wachstum unserer Firma stärken mit sehr wirkungsvollen Effekten. Und der Präsident sah auf den Plan und sah, dass er gut war. Und der Plan wurde die Vorgabe und schon war die Kacke am Dampfen. So, und hier geht es auf jeden Fall nicht zufällig um die Arbeitswelt. Ich hätte auch noch mal so zwei Impressionen aus der Welt des Einzelhandels hinzufügen, wie so aus eigener Beobachtung, wo also ein Kollege den Unterschied zur Planwirtschaft einfach nicht erkennen konnte, das ungefähr so schilderte, Jemand aus der oberen Etage ermittelt morgens nach dem Aufstehen aus der Sternenkonstellation und seinem Mittelstrahlurin das Ziel, das ab diesem Zeitpunkt alle Mitarbeiter freiwillig zu erfüllen haben. Abhängig vom Erreichen dieses Ziels ist die obere Etage bei ihren Kontrollgängen sauer oder weniger sauer. Kommunikation zwischen Ihnen und der Belegschaft beginnt fast immer mit der Frage, wie es um die Erreichung des Ziels steht. Alle Teile der folgenden Antwort, die nicht direkt mit dem Ziel zu tun haben, werden komplett ignoriert. Nach einem solchen Kontrollgespräch sprechen die Mitarbeiter häufig auch mit den Kunden ähnlich taub und herrisch. Ich kann Ihnen nur helfen, wenn ich Ihre Frage verstehe. Deswegen muss man laut kommunizieren. In der Belegschaft wird weder das Ziel noch seine Festsetzung in Frage gestellt. Stattdessen werden kreative Ausreden fürs Verfehlen und Begründung fürs Erreichen des Ziels erdacht, die die Mitarbeiter mit jedem Tag auch selbst mehr glauben. In Gesprächen untereinander werden verschiedene Ausreden und Begründungen erprobt und verworfen. Es gab auch eine andere Episode, wo Abteilungen neu zusammengesetzt wurden und schnell sichtbar wurde, dass sie deutlich unterbesetzt sind. Als Kunden sich darüber beschweren, kommt dann der Marktleiter, der die Unterbesetzung entschieden hat und schimpft. Der Abteilungsleiter hat uns dann einen Security-Mann gefragt, ob er nicht noch ein Überwachungsvideo von dieser Ausflip-Marktleiteraktion hat. Kurz darauf läuft der Marktleiter noch mal herum und versucht sich jetzt in Antisnafu, eine Kollegin erzählt, dass er sie im Plauderton darüber befragt hätte, wie sie den Umbau denn nun finden würde, ob es ihr jetzt besser gefiele. Als sie immer noch nur höflich geantwortet hatte, dass ich es ja ganz gut fände, wo erte ihr nach, nun sagen Sie doch mal ehrlich, wie Sie es finden. Habe ich natürlich nicht gemacht, erzählt sie. Interessant ist dann auch immer noch der Seitenwechsel, wie bei einer Frau, die mich beim Trampen mitnahm. Sie berichtete vom Vertrieb und vom Außendienst, was sie jahrelang selbst gemacht hatte, nun aber diejenige ist, die andere herumschickt und die sich natürlich von denen nichts erzählen lässt. Sie weiß ja schließlich, wie das ist. Wenn die Zahlen nicht stimmen, kommen die Ausreden, versuchen alle ihre Unfähigkeit zu kaschieren, aber ihr können sie ja nichts vormachen. Also auch die eigene Erfahrung auf der anderen Seite dieses Problems oder weiter unten in der Pyramide hilft dann nicht unbedingt. Das kann sogar die Sache noch verstärken. In meinem Blog gab es dann einen Kommentar, wo man meinte, dass er eigentlich mit hierarchischen Strukturen genau die umgekehrte Erfahrung gemacht hat, dass sich die Informationen an der Spitze sammeln und dann nicht nach unten weitergegeben werden oder nur ganz selten. Und jemand anders nannte das dann das Raffineriemodell. Leichte Informationen sammeln sich oben in der Hierarchie und schwere unten. Kann man schon sagen, das gehört auf jeden Fall zusammen. Also egal, ob jetzt unten aus Angstinformationen zurückgehalten werden oder ob die, die oben dann doch noch irgendwann eintreffen, wiederum aus Kontrollgründen zurückgehalten werden. In beiden Fällen kann man sagen, dass es der Hierarchie wegen einfach keine Kommunikation gibt. Und das ist natürlich genau in diesem Arbeitskontext schon so etwas wie ein Klassenkonflikt. Ich habe es dann schon einfach mit den Vorgesetzten und den eigentlichen beschäftigten Arbeitern zu tun. Da ziehe ich jetzt mal kurz Marx aus dem Hut. In der Lektüre von Handloser und Reiter klingt das dann so, das Grundproblem der Kapitalherrschaft besteht darin, dass die lebendige Arbeit unterworfen, kontrolliert und gegängelt werden muss. Das Kapital die lebendige Arbeit seinen Verwertungsinteressen unterwerfen muss. Aber zugleich nicht jede Eigeninitiative, jede Spontanität, jedes autonome Agieren und Reagieren einfach ersticken darf. Das Kapital steht in der Tat vor einem an sich unlösbaren Problem. Es muss das Unbeherrschbare beherrschen, darf es aber zugleich nicht zu Tode beherrschen. Und dann werden also doch hin und wieder mal so tröpfchenweise die Informationen ausgetauscht. Abgesehen vom Arbeitsalltag gibt es auch noch andere Formen von SNAFU oder andere besondere Verbreitungsformen, Verbreitungswege. Zum Beispiel gibt es so etwas wie PromisNAFU, wo man sich das Verhältnis von Fans und Stars dann mal so überlegt. Oder eben auch dann noch so Zirkel, die da drin sitzen. Zum Beispiel der Zusammenhang von so wachsendem Einkommen bei diesen Prominenten und der Möglichkeit von Kokain-Konsum. Das natürlich dann relativ viele Effekte genauso verstärkt, genauso hervorbringt, die man eben auch dem SNAFU-Prinzip zuschreiben kann. Also einfach eine immer geringere Wahrnehmung von dem, was die anderen eigentlich sagen oder von einem halten. Dieses PromisNAFU oder es gibt halt auch ExpertensNAFU, was dann so im akademischen oder quasi akademischen Kontext auftaucht. Vermutlich ist das auch hier recht verbreitet. Also dieser Zustand, dass einfach niemand zugeben mag, wenn er irgendwas nicht weiß oder verstanden hat. Das ist dann in so Managementkursen lustigerweise auch schon als Problem erkannt und behandelt worden. Also da gibt es dann wirklich so den CEO von irgendeiner Luftfahrtlinie, die der dann unter Tränen zugibt, dass er keine Ahnung hat, wie so ein Flugzeug fliegt. Oder es gibt so einen Venture Capital Startup Block, das heißt Allens Block und da gibt dann so Gebote für Jungunternehmer drin und da ist dann das Gebot Nummer 8, wisse, was du nicht weißt und gib es zu. Und dann wird halt wirklich so diese Situation der reine Schrecken. Man sitzt in so einem Meeting und es kommt eine Frage, die man nicht beantworten kann. Und dann soll man halt glaubwürdig zugeben, dass man das nicht weiß und sich eine Notiz machen von der Frage und trotzdem versuchen, die Antwort zu finden und sofort halt mit demjenigen in Kontakt treten. Sie geben auf keinen Fall halt seinen, jetzt irgendwie sich da drum rum mogeln wollen um die Antwort. Und auf dieses Blogpost gab es dann aber auch einen Kommentar von jemandem, der meint, dass eigentlich alle Unternehmer von, also an Overconfidence leiden, also dass sie natürlich prinzipiell irgendwie das Risiko unterschätzen müssen, also schon einfach, um das machen zu können, um das einschätzen zu können. Also auch schon wieder noch so strukturelle Verstärkung dafür drin. Könnt ihr zusammenfassend sagen, also es gibt das in Armeen, in Parteien, also in diesem ganzen Arbeitskontext, so bei Prominenten, bei Experten. Das heißt, sobald überhaupt irgendjemand als Autorität angesehen wird, aus welchen Gründen, in welchem Zusammenhang auch immer, wird ihm oft dann nur noch gesagt, was er hören will oder wovon angenommen wird. Er würde es hören wollen. Das geht dann auch noch ganz weit hinab. Zum Beispiel gibt es in der Serie Buffet the Vampire Slayer diese Figur Cordelia Chase, einfach so eine relativ populäre Teenage-Highschool-Queen irgendwie ist, die dann auch in einem ihrer lichten Momente sagt, manchmal, wenn ich rede, sind alle so beschäftigt, da mit mir zuzustimmen, dass kein Mensch mehr ein Wort von dem hört, was ich sage. Cordelia Chase ist nun einfach wirklich nur so ein Teenage-Girl, sie ist keine Regierung und kein Vorgesetzter und kein Offizier. Also es ist tatsächlich so, dass das völlig unabhängig davon ist, wie informell oder flach die Hierarchie ist. Wilson hat das auch selbst immer noch mal betont, also in einem Text von 85 sagt er eben auch, dass man eben auch Situationen der Ungleichheit oder hierarchische Strukturen auch daran erkennen kann, dass man nicht kommunizieren kann. Und er bezieht das auch durchaus auf Familie und den Arbeitsplatz. Schließlich erkennt auch Hecbert Selin in der Illuminatus-Trilogie, dass er sofort ins Nahfu-Schlamassel gerät, wenn er als Autorität behandelt wird. Er sagt, dass er alles Feedback und alle Informationen braucht, die er kriegen kann, dass aber niemand einer Autorität widerspricht, wie jetzt eben eben als diesem Piraten-Captain- oder Ersatzvater, was er dann für manche Figuren ist. Und dann kommt eigentlich diese typisch diskordische, typische Wilson-Umdrehung, nämlich der Satz, Communication is possible only between equals. Also Kommunikation ist nur unter Gleichen möglich, wobei Gleiche hier, mehr so im amerikanischen Sinn, also gleichberechtigte, gleichgestellte, ebenwürdige meint. Und Hecberts Konsequenz ist, dass er jetzt versucht, sich gleich zu machen, weil er eben wissen will, was los ist. Also er möchte eben gerne nicht in diesem Autoritätsverhältnis leben, auch nicht oben in der Pyramide. Und er ist halt so konsequent damit, dass er auch sagt, dass eben sämtliche Staaten und Regierungen sämtliche Hierarchien abgeschafft und aufgelöst werden müssen. Das ist wirklich diese anarchistische Konsequenz. Er ist aber eben sowas wie ein rechter Anarchist. Ich glaube, dass es in der letzten Stunde auch so einen ähnlichen Ansatz gab, so Libertarian, Marktradikal, wenn man das so nennen will. Diese Figur verspricht sich also vom unbeschränkten Wirken des freien Marktes, dass der Staat überflüssig wird und damit alle Herrschaft verschwindet, was ich völlig anders sehe auf jeden Fall. Diese Figur ist aber nicht sehr dogmatisch gezeichnet. Das hat sicher auch damit zu tun, dass Wulsen selber an der Stelle nie so festgelegt war. Also er hat jetzt, die haben praktisch in die Illuminatus-Trilogie auch noch so eine anarchokommunistische Gruppe reingeschrieben, die Justified Ancients of Moomoo, mit denen Hegbert auch verbündet ist. Also das ist nicht so eindeutig jetzt festgelegt. Hegbert ist deswegen an der Stelle nicht dogmatisch, weil es eben hauptsächlich um diese freie Assoziation geht. Und das ist auch bei Wulsen später immer noch mal wieder betont worden, dass das eigentlich der Kerngedanke ist, der freiwillige Zusammenschluss. Das ist ja tatsächlich, wie im Kommunistischen Manifest, der Verein freier Menschen, in dem die freie Entfaltung jedes Einzelnen die Bedingung für die freie Entfaltung aller ist. Das steht da wirklich so drin. So sieht es aber gerade überhaupt nicht aus. Also die Staaten sterben so was von nicht ab. Arbeitsplätze bleiben. Arbeitsplätze sind der Markt belohnt und bestraft nach wie vor. Und unter diesen Umständen ist es vielleicht dann doch sinnvoll, sich einfach mal so Gegenstrategien, Umgehungsstrategien für dieses Problem zu überlegen. Das ist nicht so als so Dauerlösung, aber so erst mal als Möglichkeiten, so Handlungsfreiheit zu gewinnen und eben um rauszukriegen, was eigentlich los ist. So, und da gibt es erst mal die Frage, was passiert oben in den Hierarchien? Also was machen eigentlich die Leute, die jetzt an der Spitze von Hierarchien stehen? So die jüngeren Beispiele sind dann der US-Präsident Barack Obama, der also dann mit allen Mitteln versucht hat, nicht in diese Informationsisolation zu geraten, die einen US-Präsidenten normalerweise umgeben. Also auch weiterhin versucht hat, seine private Kommunikation aufrecht zu erhalten, um eben nicht in dieser Bubble zu landen. Diese zehn oder zwölf Leute, wie er sagt, von denen man normalerweise dann nur noch seine Informationen bekommt. Das Problem ist allerdings, dass das eben dann auch vom Secret Service sehr weiträumig unterbunden wurde, dass es einfach wirklich als Sicherheitsrisiko angesehen wurde. Da muss ich sagen, habe ich jetzt das auch seit kürzerer Zeit nicht mehr wirklich so verfolgt, wie das ausgegangen ist, wie weit er sich da durchgesetzt hat. Auf jeden Fall sind so dieses Ausmaß an direkter Kommunikation so mit der Basis, mit dem Wahlvolk, das ist aber, glaube ich, schon stark zurückgegangen. Es gibt auch Berichte darüber, wie das in Deutschland läuft. Also vielleicht auch erst noch mal der Zustand vorher. Es gab im Spiegel vor zwei Wochen einen interessanten Bericht über die Welt des Bundeskanzleramts. Da hieß es, dass Gerhard Schröder fast jede Nacht dort geschlafen hat, ganz oben unterm Dach. Und sie schrieben, das erklärt einiges, wenn man sich vorstellt, wie Schröder im Dunkeln mit gestreiften Schlafanzug die Raumschifffahrstühle hoch und runter gefahren ist und auf die Welt dort draußen guckte, versteht man seinen letzten großen Auftritt in der Fernsehelefantenrunde besser. Der Fernsehturm, der Hauptbahnhof, der Reichstag, die Spree rücken von hier aus, als wären sie um den Bundeskanzler herum gebaut worden, sowie der kleine Park da hinten, in dem der Kanzler mit seinen Gästen spazieren gehen konnte, mittendrin der Helikopterlandeplatz, sein Reich. Wer hier zu viel Zeit verbringt, muss am Ende rausgetragen werden wie ein König. Über Merkel heißt es jetzt aber ganz anders, dass sie erstaunlicherweise zuhört. Ganz anderer Sound in dem Artikel. Es ist natürlich nicht immer leicht, die Wahrheit zu erfahren, weil die Leute sich ihr mit großer Verehrung oder großer Furcht nähern und oft auch mit eigenen Interessen. Ackermann, so heißt es, beschwere sich des Öfteren darüber, dass sie nicht mache, was er ihr rate. Bei Hambrecht, also die HSF, sei es eher so, dass er ihr zu sehr nach dem Mund rede. Die meisten ihrer Gäste berichten, wie unprätentiös und aufmerksam Angela Merkel auftritt. Sie will nicht, dass die Gespräche verzweckt werden, wie sie das nennt. Und das dann auch noch im Umgang mit sozusagen anderen Staatschefs offensichtlich so ein bisschen durcheinander geraten. Also in einer Begegnung mit Putin wird geschrieben, dass er halt immer wieder rief und schrie und seine Aussagen auch mal wieder wiederholte. Und Angela Merkel dann immer nur lächelte und leise sagte, dass sie ihn auch schon beim ersten Mal verstanden hat. Und dann gibt es halt noch diesen Satz, dass ihr Misstrauen ist grenzenlos und je mehr sie geliebt wird, desto misstrauischer wird sie. Also dieses Unbehagen scheint also tatsächlich schon angekommen zu sein. Umgehungsstrategien sind aber offensichtlich nicht so einfach. Also wie zum Beispiel auch der Fall von Jörg Taus zeigt, der hier auch schon behandelt wurde auf der Veranstaltung. Dieses Abgeordneten, der selber dann zur Kinderpornografie Recherche betrieb und dann halt ins Fadenkreuz der Ermittler geriet. Also der hat ja eigentlich im Grunde genau nur das machen wollen. Jetzt einfach mal selber rauskriegen, sich die Informationen nicht von der Behörde praktisch aufbereitet zuschicken lassen, sondern wirklich selber schauen, wie sieht es eigentlich aus. Also dem stehen da offensichtlich dann auch immer noch ganz andere Hindernisse im Weg rum. So sieht es halt von oben aus. Das ist auch nicht so erfreulich, wenn man nochmal von unten schaut. Was passiert eigentlich, wenn dann mal jemand von unten sagt, was er denkt? Dann habe ich zwei Beispiele aus dem Film Office Space. Der ist von Mike Judge, diesem Beavis und Butthead Erfinder. Das ist so ein Realfilm von ihm, wo es dann auch wirklich so um diese Arbeitshölle Bürocubicles geht. Erstmal wird Joanna, die Freundin der Hauptfigur, rausgeschmissen, als sie auf Arbeit dann mal so Widerworte hat und dann kann man so ihre Meinung sagen. Diesen Rausschmiss hat sie da aber auch schon antizipiert, weil sie im Grunde schon in diesem Ausbruch auch sagt, dass sie diesen verdammten Job eigentlich auch gar nicht braucht. Bei der Hauptfigur selber, bei Peter, funktioniert das dann völlig anders. Der will eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Der hat also im Grunde überhaupt keinen Bock mehr drauf, geht aber dann doch nochmal zurück, weil er da irgendwas vergessen hat und es sind halt gerade irgendwie so ein so Counselors im Haus, die jetzt halt rausfinden sollen, wen man im Betrieb auch irgendwie einsparen kann, wen man da so feuern kann. Und Peter denkt halt auch, geht da mal hin, unterhält sich mal mit denen und er erzählt dann tatsächlich, wie halt so ein typischer Arbeitstag bei ihm aussieht. Und er sagt dann, ich komme eigentlich normalerweise mindestens 15 Minuten zu spät durch die Hintertür, um zu vermeiden, dass mein Chef mich sieht. Und dann setze ich mich an meinen Tisch und drehe erst mal weg für eine Stunde. Also Space Out ist das Original. Ich starre einfach auf meinen Tisch, aber das sieht aus, als wenn ich arbeite. Das mache ich nach dem Mittag auch nochmal für ungefähr eine Stunde. Ich würde sagen, in einer normalen typischen Woche arbeite ich nicht mehr als etwa 15 Minuten. Und der Punkt ist, dass er natürlich in diesem Gespräch dann irgendwie nicht signalisiert, dass er sich davon irgendwie eingeschüchtert fühlt, wie die ganzen anderen Leute, die jetzt bei den Counselors saßen. Und diese Counselors sehen das einfach als Management Behavior und schlagen ihnen dann einfach zur Beförderung vor. So, sie hat man praktisch diese beiden Arten wie Hierarchien auf was auch immer Kritik oder kritischen Input irgendwie reagieren können. Also entweder das halt aktiv unterdrücken oder eben ignorieren, so wie das mit Joanna passiert, die dann eben einfach rausfliegt. Manchmal wird dann dieses Ignorieren auch wirklich sehr aktiv betrieben, dass man halt diese Person, die da irgendwas kritisiert hat, beschuldigt, dass sie halt glaubt, sie würde alles besser können oder würde sich jetzt auf Kosten dieser Hierarchie irgendwie profilieren wollen oder so. oder die Hierarchie reagiert genau umgedreht durch Vereinnahmung, durch Eingemeindung, wenn sie jetzt also zum Beispiel Peter einfach versucht, zum Teil des Problems zu machen. Solange die Hierarchie allerdings nicht aufgegeben wird, weil nicht aufgegeben werden kann, solange für möglicherweise falsche Antworten der Ausschluss aus der Gruppe, der Partei, dem Verein oder dem Arbeitsmarktsegment droht, scheinen die einzigen, wenigstens teilweise erfolgreichen Gegenmittel gegen den Snafu-Effekt in dieser Öffnung gegenüber Kritik von außen oder in der Institutionalisierung interner Kritik zu bestehen. So, das machen bestimmte Strukturen durchaus. Also es gibt ja sowas wie Parteiopposition, die man sich dann auch als Partei durchaus so hält, um ein Tino wieder mal noch mitzukriegen, was es eigentlich für abweichende Auffassungen gibt, dass sowas wie Betriebsräte, die auch oft relativ ohne große Befugnisse sind, aber schon einfach mal so artikulieren können, wenigstens so vorsichtig, teilweise was da von unten so droht oder wie da so die Stimmung ist. Auch eine der Funktionen des CCC ist ja durchaus, dass er halt als so eine Art externer Berater dann auftritt, dann immer mal hinzugezogen wird irgendwo als Sachverständigengruppe, die dann nochmal so vorsichtig den Leuten erklären kann, dass es einfach alles ziemlicher Blödsinn ist, was dann an Sicherheitsvorstellungen und sowas im Umlauf ist. Was in diesen Situationen passiert, also in dieser Konfrontation mit externer Kritik, sofern das eben mal wirklich bis in die Hierarchie vordringt, das kann man schon fast dann als eine Konsequenz eines anderen Konzepts von Wulsen sehen, das Konzept des Realitätstunnels, damit versucht zu beschreiben, also praktisch, dass es, also der Realitätstunnel ist die Summe der zugelassenen Wahrnehmungen für eine Person. So und dieses, dieses Nafu-Effekt, der reduziert natürlich diese Zahl von Wahrnehmungen, die erlaubt sind, einfach immer mehr ausgeblockt wird und ausgeworfen wird. Und wenn man das jetzt aber öffnet, wenn man eben tatsächlich dann doch sagt, was sagen die denn, wie sieht denn diese Kritik überhaupt aus, dann steigt diese Zahl wieder an. Wulsen hat also dementsprechend auch vorgeschlagen, wirklich, statt jetzt immer nur nach Bestätigung und Zuspruch zu suchen, tatsächlich sich eben gerade die abweichenden, die entgegengesetzten Positionen anzugucken, und eben auch solche Auffassungen, die auch tatsächlich ernst zu nehmen, sich erstmal kommen zu lassen, also genau diesen Reflex einfach zu unterdrücken, dann zu sagen, ha, das sehe ich aber ganz anders, also wirklich erstmal darauf einzugehen. Er schrieb zum Beispiel einer Romanfigur, die halt so einer, ja, in so einer spirituellen Gruppe irgendwie vorstand, dann zwei Fragen zu, die halt eben neuen Adepten dann als erstes gestellt wurden. Und die erste Frage war, warum kommen sie bei all den mystischen Lehren in der Welt ausgerechnet zu uns? Und die zweite ist, warum, wenn man all die Tage ihres Lebens bedenkt, ausgerechnet heute? Das ist halt tatsächlich so der Versuch noch, jetzt gar nicht erst so ein Abhängigkeitsverhältnis aufkommen zu lassen, doch erstmal klarzustellen, also was ist das jetzt hier eigentlich, was passiert hier überhaupt? Von vornherein das einfach zu öffnen. Aber auch nicht repressive und nicht offen vereinnahmende Strategien zielen letztlich auf die Optimierung der Hierarchie. Das ist nur dann sinnvoll, wenn man jetzt zum Beispiel, will das Staat oder Unternehmen besser laufen? In jedem anderen Fall muss man sich fragen, was der Inhalt dieser jeweiligen Struktur ist, die da optimiert wird. Man greift den eigenen Realitätstunnel nicht nur durch die Konfrontation mit abweichenden Auffassungen an, sondern auch am besten, noch viel besser sogar, durch die Kritik genau der Strukturen, die einem am nächsten sind. Also tatsächlich sich mit dem, was auch immer, Glaubenssystem, Gruppenstrukturen, um einen direkt herum einfach erstmal zu beschäftigen, weil da geht das ja erstmal los, da sitzt man ja selber mitten im Problem. Und da würde ich auch sagen, dass das zumindest der Versuch ist, also meine eigene Konsequenz jetzt einfach einerseits, also der Versuch, ebenbürtig zu kommunizieren, aber eben andererseits auch konsequent die Gruppen und Strömungen oder Ideen zu kritisieren, die ich gut finde, denen ich mich jetzt nahe sehe, weil gelobt werden sie meistens genug, also gerade jetzt von sich selbst, das garantiert ja dieses Nafo-Dynamik gerade, das ist ja gerade der Vorgang, und Kritik gibt es eigentlich fast immer zu wenig. Das kann man prinzipiell so sagen. Da habe ich noch ein Zitat von André Gied, das ist dann aus den 30er Jahren, wo er, das ist also auch so ein kommunistischer Dissident gewesen, der dann sagt, ich bin so veranlagt, dass sich meine größte Strenge gerade gegen diejenigen richtet, mit denen ich am liebsten immer einverstanden wäre und meines Erachtens bringt nicht der seine Liebe am besten zum Ausdruck, der nur zu loben weiß. Ich glaube der Sache, in dem Fall dann die Sowjetunion war, mehr und wirksamer zu dienen, wenn ich offen spreche, ohne Vorsicht und Rücksicht. Und man kann diese Einstellung also nicht nur bis zu den Diskordien oder zu solchen Dissidenten zurückverfolgen, sondern bis in die antike Philosophie, also Heraklit, der vielleicht erste dialektische Denker, so 500, 600 vor, war das glaube ich, hat also auch durchaus so für permanenten Streit plädiert. Das gilt ja für den friedlichsten Gesellschaftszustand, weil einfach immer alles ausgetragen wird, nichts zurückgehalten wird, es einfach immer alles in der Verhandlung ist sozusagen. Wenn ich jetzt meine Kritik gegen das richte, was mir jetzt selber am wichtigsten ist, was wäre das dann eigentlich? Das wären in meinem Fall zwei Strömungen, von denen ich auch annehmen würde, dass sie am ehesten in die Richtung einer Gesellschaft weisen, die vielleicht dann ohne Hierarchien und Autoritäten auskommen könnte und in denen natürlich auch das NAFO-Prinzip möglicherweise obsolet wird. Erste dieser Strömungen, das sind die Discordia selbst, die also im besten Fall für die Ausnahme, für die Abweichung, für den Widerspruch und das Individuum auftreten, für das, was nicht passt, was nicht mitmacht, nicht vorgesehen ist und die somit auch immer den eigenen Standpunkt in Frage stellen können, die eben genau wie Hülsen das vorgeschlagen hat, versuchen Abweichende und entgegengesetzte Auffassungen zu studieren und auch mehrere Modelle für die meisten Sachverhalte zu kennen versuchen, die sie dann fallweise anwenden können. Das ist natürlich jetzt eher der Idealzustand, wo ich jetzt nicht behaupten würde, dass das unbedingt alles so praktiziert wird, aber dieses Gedankengut gibt es im Discordischen auf jeden Fall. Die zweite Strömung wäre dann halt die kommunistische Kritik, die halt wiederum im besten Fall halt die Voraussetzung unseres Denkens, unserer Weltanschauung sichtbar machen kann, also Verwertung fürs Kapital und Herrschaft. Diese Kritik kann eben auch die Schädigungen durch die herrschende Gesellschaftsordnung sichtbar machen, die Verhältnisse als Menschen gemacht und nicht biologisch zwangsläufig sichtbar machen, also als prinzipiell veränderbar. Beide dieser Strömung haben aber natürlich kein irgendwie geartetes Wahrheitsmonopol und jenseits dieser SNAFO-Mechanik gibt es auch eigentlich keinen Grund, dann irgendwelchen ewigen Wahrheiten festzuhalten. Wenn ich das jetzt dreimal sage, müsst ihr es auch glauben. Wer behauptet, irgendwas wäre restlos geklärt, es gäbe endgültige Wahrheiten, er lügt, bewusst oder unbewusst, der Erkenntnisprozess geht hoffentlich immer weiter. Gerade in den Fragen, wie tief die Verwertungslogik mittlerweile gesellschaftlich verankert ist und wie wir neurologisch, psychologisch funktionieren, haben wir offenbar gerade mal die Dachpappe hochgehoben. Weniger vermessen erscheint es mir trotzdem zu behaupten, das SNAFO-Prinzip, wie wir vorhin an so ein paar Beispielen vielleicht gesehen haben, heute nirgends so systematisch erzeugt wird wie in der lohnabhängigen Arbeit und das in diesem Sinn SNAFO vor allem den Faktab-Zustand beschreibt, in dem sich die meisten Menschen die meiste Zeit ihres Tages und ihres Lebens befinden und der sich prinzipiell überwinden lässt. Ich sage mal ganz kurz kleines Stückchen Marx, der ja diese Überwindung tatsächlich auch in der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung halt lokalisiert, also sagt, die massive Reduktion der Arbeitszeit, die kollektive Verfügung über die Produktionsmittel, die Überwindung der hierarchischen Arbeitsteilung und die Verwirklichung der sozialen Allseitigkeit des Individuums stützen sich auf reale Bedingungen und Kapitalismus. So und bezogen auf die Gegenwart würde ich jetzt das vielleicht dieses Situation Normal All Faktab vielleicht nochmal so verallgemeinert übersetzen, auch in also die Krise, wenn man das mal darauf noch beziehen will, die Krise ist eigentlich der Normalzustand beziehungsweise der Normalzustand ist die Krise. Ja, damit bin ich auch erstmal soweit durch. Ich bin jetzt gar nicht sicher, wie weit wir in der Zeit sind. Die anderen hatten hinterher einen Workshop. Ich kann euch anbieten, Diskussionen einfach unten am Bücherstand weiterzuführen, wo ich mich jetzt noch ein bis zwei Stunden aufhalten werde. Wer nicht zur Abschlussveranstaltung gehen will, kann mir da vielleicht einfach folgen. Wenn es noch akute Fragen gibt, kann ich die jetzt aber auch gerne schon beantworten. Brauchst du? Okay. Okay, die kenne ich nicht. Und auch Eva-Plane sind ein bisschen die Krampung und die Reifen sind ja nur die Kategorien werden direkt konzentriert und die die Normationsprozesse überleiten sind sehr, sehr langfristig. Also ich bin jetzt mal zu tun. Ja, wer kann da auch mal ein Beispiel nennen, wer jetzt die konzentriert ist oder wer exaktiv vom KT erwartet. Also es geht ja dann eigentlich eher um, also jetzt nicht unbedingt einfach so um reine Kommunikationsprobleme, sondern der Punkt ist jetzt, dass tatsächlich irgendwo mal die Frage auftaucht, wie es jetzt mit irgendeinem bestimmten Sicherheitsstandard im Internet oder sowas eigentlich aussieht und dann werden durchaus halt CCC-Leute auch mal angefragt, was jetzt eigentlich ihre Position dazu ist, weil sie jetzt einfach nicht unbedingt eben in diesem Apparat stecken sind, die wirklich Teil dieser Beschlusslandschaft sind. Also die Fragen kommen dann eben durchaus aus dem politischen Betrieb von Leuten, die jetzt selber diese Entscheidung fällen müssen, einfach bestimmte Gesetze erlassen müssen oder was auch immer und genau in solchen Situationen gibt es dann, also jetzt wirklich einfach die externe Expertise eben von unabhängigen Leuten und der CCC hat sich ja auch immer schon mal hervorgetan, dem einfach zu zeigen, an welchen Stellen solche sicheren technischen Systeme einfach gar nicht sicher sind, dem einfach demonstriert ja auch teilweise praktisch, wo da einfach Lücken sind. Also sie werden jetzt nicht unbedingt hinzugezogen, um jetzt das Kommunikationsproblem selber zu lösen. Also es ist jetzt eher schon, das ist ja schon der Versuch, es zu lösen, das irgendwie zu umgehen, dass man jetzt Leute fragt, die einem vielleicht wirklich mal noch sagen, wie es wirklich ist, die jetzt nicht nur das sagen, was eben in so einer Sicherheitsbehörde eben dann die Auffassung ist. Na, da hinten. Das ist für einen Vorschlag, den man Diskussionen oder Probleme lösen kann, wenn es bei Personen, also bei Personen oder bei Gruppen gegenüberstehen, eine unverständliche Meinung für eine bestimmte Sache hat. Also kann man die Lösung möglich sein, dass man sich ohne Autorität funktionieren kann? Welche, möglich angenommen den Fall, dass zwei Leute oder zwei Gruppen in meinen Händen die Komplik konträger gegenüberstehen? Oder eine Situation in der aber ständig stehen werden muss? Also das ist jetzt irgendwie so ein bisschen im luftleeren Raum. Also meine These war ja jetzt erstmal klarzustellen, dass das halt unter den gegenwärtigen Bedingungen irgendwie alles relativ, also sowas jetzt eben dann genau ziemlich in der Luft schwebt, dass ich erstmal davon ausgehen muss, dass es irgendwie einen Grund hat, warum sie diese Auffassung entwickelt haben, dass erstmal diese ganze Realität dahinter hängt, wo eben die meisten Menschen über genau das, was eigentlich am wichtigsten wäre, also eben das gehört, was sie produzieren, eigentlich nicht entscheiden können, überhaupt nicht dazu befragt werden. Also ich würde behaupten, dass damit eben eigentlich auch alle anderen Entscheidungen, alle anderen Diskussionen und Verhandlungen eigentlich auch beeinflusst sind. Also ich bin auch ehrlich, nicht unbedingt so der Mensch für diese pauschale schnelle Lösung an der Stelle, also keine Ahnung, vielleicht gibt es da Mediatoren oder da gibt es sicher auch Fachleute für, aber also ich suche das Problem, glaube ich, jetzt gerade auch eher so in den gesellschaftlichen Rahmen, also in der gesellschaftlichen Grundstruktur an der Stelle. So, das kann ich natürlich auch in jedem einzelnen Fall dann erstmal nachvollziehen, müsste dann eben rauskriegen, ob sich da irgendwas klären lässt, den Leuten vielleicht auch irgendwie klargemacht werden kann, also ob sie da überhaupt diesen Dissens haben müssen, ob sie den überhaupt austragen müssen, was vielleicht ihre gemeinsamen Interessen wären, aber ist jetzt glaube ich nicht für so jeden Fall pauschal zu sagen. Ich wollte noch mal fragen, also wie ich der Töchter habe, ist dieses Problem, das in allen Hierarchien auch drin, also auch abseits der Arbeitswelt. Arbeitswelt zu strukturieren, das ist ein Problem und da würde ich alles für ein großes Problem die Hierarchien überhaupt ausstatten, weil man hat also den Eindruck, dass es Menschen nicht so geschafft hat, dass sie keine Hierarchien haben wollen. Also für mich ist das ja so, was ich da vorgesetzt oder auch das vorgesetzt und ich stelle mir der vor und sagen, dass es keine Hierarchie mehr hat. Insofern ist das der für mich eine Frage, dass ich ein grundsätzliches Problem verändern Das werden wir vermutlich aber bloß rausfinden, wenn wir es mal ausprobieren. Also sonst lässt sich das jetzt nicht sagen. Also ich, das ist halt sehr spekulativ aus einem Zustand, der das halt sehr systematisch ermutigt heraus, jetzt darüber Spekulationen anzustellen, wie es aussehen würde, wenn das nicht mehr so wäre. I don't know. Also bevor man das mal probiert, wird man das nicht sagen können. Das ist bisher, glaube ich, noch nie so systematisch passiert. Das wäre jetzt so ein bisschen Prophetie eher, also keine Ahnung. Hier. So wie ich ihn verstanden habe, ist mich dieses Nachholprinzip nicht unbedingt auf Relachien gestern. Das ist ja eigentlich irgendwo ein Spiel, was jeder zwischenmenschliche Kommunikation wird. Weil wenn ich von jemandem etwas möchte, dann ist es von Vorteil, wenn ich ihm das sage, was er hören möchte. Also das ist klar, sobald es tatsächlich eine Abhängigkeit ist, geht es damit los, ja, auf jeden Fall. Ja, nee, klar, darauf zielten ja auch diese ganzen Beispiele aus der Arbeitswelt ab, also um einfach auch zu zeigen, also das ist jetzt nicht einfach, also wenn man jetzt erstmal so denkt, es geht bloß um den Staat und die Untertanen, sondern es ist einfach wirklich sehr weit auch in den Alltag reinragt. Die Frage ist eben, ob es sich dann noch um ein Verhältnis handelt, was jetzt vielleicht auf der persönlichen Ebene vielleicht aber noch, wo man sich noch gleich machen kann. die Frage ist, was du da an Informationen zurückhältst, oder ob da jetzt wirklich ein Kommunikationsproblem entsteht an der Stelle, also daran würdest du es ja erkennen, ob das jetzt wirklich eine Ungleichheit ist oder nicht, also und ob sich das vielleicht auch noch irgendwie britschen lässt oder nicht, also daran würde ich es dann schon auch festmachen, aber, also man kann es daran umgedreht ja sehen. Also in dem Moment, wo halt trotzdem der Informationsaustausch stattfindet, also es, also würde ich jetzt nicht von das NAFO-Prinzip sprechen, weil das ist ja nichts Faktor, dann ist es ja alles in Ordnung, aber, also daran kann man es eigentlich festmachen, also ob der, also ob dieser Austausch noch stattfindet oder nicht. Hinten da, genau. Das ist ja, das ist ja, das ist ja der Grundpreis, der der Bezahlen, die die ganze Zeit nur, dass wir die haben, da gingen auch was dafür, es wird ja auch in meinem Arbeitsmarkt gelenkten in Richtung, wie würde man denn im Durchbereich geben, das Problem würden? Es gibt ja sowas wie freie Verhandlungen, es gibt ja die Möglichkeit, dass tatsächlich alle, erst mal prinzipiell gleichberechtigt sind, also gleichgestellt sind, ebenbürtig sind, so und, also dieser Zustand ist aber, darauf wollte ich jetzt eigentlich auch schon mehrfach hinaus, der ist einfach auch nicht gegeben, also diese Gleichheit, diese Gleichstellung, die jetzt halt vom Recht irgendwie behauptet wird, die ist ja, das ist ja eine Farce, das ist ja Unfug, also es ist ja eben genau durch die Eigentumsordnung einfach gewährleistet, dass es halt wirklich nur auf dem Papier existiert. So, ich habe das halt genau in dem Moment, wo ich mich jetzt wirklich nur so auf dem freien Markt dann irgendwie erst mal bewege, wo sich dann alle als Tauschpartner sozusagen gegenüberstehen, aber sobald ich halt tatsächlich jetzt in diese Arbeitswelt hineinkomme, wo ich es dann eben mit abhängig beschäftigten Menschen zu tun habe, ist das mit der Gleichheit eben einfach vorbei, also da kann davon eigentlich nicht mehr die Rede sein und das heißt, das lässt sich jetzt nicht einfach so unter den gegebenen Bedingungen herstellen, das glaube ich auch nicht und ich bin auch jetzt nicht irgendwie der Typ, der meinten, hey, lass uns das morgen machen, also möglicherweise klappt das auch nie, möglicherweise kriegt man das auch einfach nie hin, also ich würde das diese Möglichkeit in Betracht ziehen, ich würde es bloß einfach besser finden, also ich würde einfach sagen, ich halte diesen Zustand so einfach für relativ furchtbar und also es wäre aus meiner Sicht besser, wenn es anders wäre. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt unbedingt da irgendwie schon so Organigramme aufmalen kann, wie das dann aussieht, also möglicherweise ist man jetzt auch einfach selber schon noch viel zu krass in diesem, also in dieser Gesellschaft, in dieser Welt einfach auch verstrickt, um sich das jetzt schon so sauber vorstellen zu können. Also da gibt es ja gab es noch schon jemand, der winkt. Also, was ich gerade gesagt habe, es ist doch einfach, wenn es umzusetzen, wäre es nicht möglich, wenn ich jetzt zum Beispiel beschäftige, mir zum Beispiel einmal in der Woche oder im Monat alle Leute aus meiner Belegschaft zu nehmen und dann in einen anonymen Chat zu gehen und dann könnte man dort diskutieren und man wollte keiner von den letzten Zahlen oder nachverbrauchen. Also ich glaube, dass es eine gewisse Angelegenheit ist, die wir uns am Wachstum in der Hand befragen, aber über die Anonymität also wenn die alle glauben, dass diese Anonymität gewahrt bleibt. Also es gibt immer diese Versuche, das irgendwie zu umgehen, aber das ändert halt einfach nichts daran, dass eben auch dann in diesem, also auch in diesem Kontext dann Leute trotzdem immer noch überlegen werden, ob das jetzt vielleicht doch irgendwie rauskommt, dass es doch irgendwie zuzuordnen ist, ist, ob man nicht doch weiß, okay, das und das, dass das Ding über die Besenkammer, das kann ja wieder bloß vom Hausmeister kommen, also also jetzt, also so als Beispiel, also wie anonym ist man denn dann gerade, also ja, die Arbeitswelt ist halt auch nicht so anonym, wie man das sich vielleicht vorstellt dann, ja. Ich würde es jetzt trotzdem abbrechen wollen, weil es ist jetzt Beginn der Abschlussveranstaltung, ich gehe jetzt wieder drunter zum Bücherstand und wer will, kann dann auch gerne weiter diskutieren oder fragen. Vielen Dank. Applaus Es gibt jetzt keine Präsentation und keine, Flipchart oder irgendwas, ich werde einfach mal so reden und ihr hört einfach so zu, hoffentlich funktioniert das. Ich lese so ein paar Sachen vor, das sind so Stellen aus manchen Büchern oder Zeitschriften und zwischendrin habe ich auch noch so selber ein paar Sachen zu sagen. Es geht um das SNAFU-Prinzip. Das SNAFU-Prinzip ist eigentlich so im Kern der diskordischen Philosophie und die diskordische Philosophie ist eigentlich so im Kernbestand dessen, was so Hacker und Chaoten gut finden, wichtig finden. Allerdings ist das, glaube ich, in den letzten Jahren vielleicht auch von vornherein schon nicht so ganz präsent gewesen, oft mehr so als Folklore, wenn man jetzt auch so auf Nerd-Veranstaltungen mal so rumfragt, wissen eigentlich meistens nur wenige, was das mit dem SNAFU-Prinzip genau auf sich hat. Und wir kennen vielleicht noch so das Wort oder haben so eine kurze Assoziation dazu. Ganz kurz könnte man sagen, dass es eine zutiefst anarchistische Idee ist, dass im Endeffekt die ganze Gesellschaft umgewälzt werden muss, damit man sich erst mal richtig unterhalten kann. Oder, dass man es auch umdreht, dass so lange soziale Beziehungen von Hierarchien und autoritären Abhängigkeiten geprägt sind. Das ist noch nicht ganz die spätere Bedeutung, die dann eben von Scheer und Wilson in der Illuminatus-Trilogie entwickelt wird. Da ist dann eben Hecbert Céline erst mal so mit diesem Begriff unterwegs, um so eine Ahnung zu bezeichnen, dass halt die ganze Welt so grundsätzlich verkehrt ist. Er sagt am Anfang noch, dass er noch nicht so genau, dass er nicht mehr so genau versteht, wogegen er eigentlich kämpft und dass er es erst mal mit SNAFO-Prinzip bezeichnet, ohne es genau zu verstehen. Und das ändert sich dann aber im Laufe der Bücher, wo also auch Hecbert selber der jenige ist, der das ausformuliert. Er ist in dieser Trilogie die Figur, mit der die Autoren dem Staat etwas antun wollten. Also das war auch ihre eigene Erklärung dazu. Sie wollten, also diese Figur erkennt halt, in welchem Ausmaß Staat und Regierung, Hierarchien und Autoritäten das menschliche Potenzial an der Entfaltung hindern. Und Hecbert Céline erklärt allen Regierungen der Welt den Krieg. Er betätigt sich fortan von einem U-Boot mit tödlicher Bewaffnung aus im Schmuggel. Anlass für diese Entscheidung, also wirklich mit den Regierungen, mit den Staaten der Welt zu brechen, ist halt tatsächlich auch die Formulierung des NAFO-Prinzips. Das ist der entscheidende Trigger. Das gibt er später so wieder, das jetzt mal kurz aus dem englischen Original übersetzen, ich hoffe, dass es nicht so kryptisch wird. Personen handeln nicht aufgrund eigenen Urteils oder eigener Erfahrung, sondern nach Anleitung von oben, Anweisung von oben. Daher sind persönliche Erfahrungen und persönliches Urteil nicht funktional. Diese Funktionen werden weniger wirklich. Der Organismus ist, wie Marx es formuliert hat, einer, das mit der Kommunikation irgendwie essig ist. Den ersten Auftritt hatte das NAFO-Prinzip in der Illuminatus-Trilogie von Robert Scheer und Robert Anton Wilson 1975. Diese Trilogie kann man als den vermutlich am weitesten verbreiteten diskordischen Text bezeichnen, das über 100.000 Mal verkauft wurde, noch in den 70ern, allerdings vermutlich auch weniger gelesen. Diese Trilogie steckt auch noch voller anderer anarchistischer Ideen, auch ganz vieler anderer diskordischer Konzepte, die also auch zum großen Teil aus diesen Büchern stammen. Oft werden zum Beispiel verschiedene Modelle verwendet, um dasselbe Ereignis oder dasselbe, denselben Gegenstand zu beschreiben und es wird also erst mal die Wertung rausgelassen, welche dieser Beschreibung jetzt korrekt ist. Eine der Hauptfiguren, vielleicht sogar die Hauptfiguren dieser Trilogie, Hegbert Selene, hört dann beim Militär zum ersten Mal das Wort NAFO und auch, was das ausgesprochen dann bedeutet und sagt spontan, Situation normal, all fucked up, that really sums it up, that really says it. Also das sagt eigentlich alles. Warum hat er das zum ersten Mal in der Armee gehört, weil es auch daher stammt, also aus dem Zweiten Weltkrieg, aus der US Army, so im Frühsommer 1941 wird das ungefähr vermutet. Da gab es halt leicht gelangweilte Funker, die also die fünf buchstabigen Morsecode-Buchstabengruppen dann ausformuliert haben, so aus Langeweile. Also in der US Army gibt es halt sowieso relativ viel Gebrauch von Akronymen. So einerseits so offiziell, zum Beispiel gibt es in der Ausbildung dieses Base-Prinzip für die Schützen-Ausbildung, also breathe, aim, slack, squeeze, durchatmen, zielen, locker lassen, abdrücken oder halt dann auch so inoffizielle Sachen wie zum Beispiel im Vietnamkrieg wurde dann das Akronym Fogazi geprägt, fucked up, got ambushed, zipped in, also in die Scheiße geraten, in den Hinterhalt geraten und in den Leichensack geraten. Also haben Sie sich jetzt praktisch diese fünf buchstabigen Wortgruppen genommen, die Sie halt morsen sollten, diese kodierten Abschnitte und als Sie bei der Wort, bei dieser Buchstabengruppe SN AFU ankamen, war wohl das AFU sehr schnell assoziiert, also all fucked up hatten Sie wohl sofort auf dem Schirm, das mit dem SN dauert ein kleines bisschen länger und dann hatten Sie halt Situation normal, all fucked up, könnte man jetzt dezent übersetzen mit alles wie immer, alles im Eimer oder um jetzt der Derbheit, der Original, des Originalspruchs gerechter zu werden, vielleicht alles wie immer, alles im Arsch. Andere Leute haben vorgeschlagen, Operation erfolgreich, Patient tot, wäre vielleicht die bessere deutsche Entsprechung, aber das geht dann auch schon wieder mehr in diese spätere Wulsenverwendung. Es ist noch im Zweiten Weltkrieg dann so populär geworden, dieser Begriff SN AFU, dass es dann sogar so populäre Lehrfilme für die Soldaten gab, wo Private SN AFU dann halt in alle möglichen Fallen hineintappt. Also da ist sozusagen dieser Normalzustand, der wenig hinhaut, schon einfach eher, dass sich einfach alle wie die letzten Idioten benehmen, ein Werkzeug, eine Maschine geworden, diejenigen an der Spitze der autoritären Pyramide tragen eine ähnliche und entgegengesetzte Last, nämlich die der Allwissenheit. Alles, was der dienenden Klasse verboten ist, also dieses ganze Wahrnehmungsnetz, das wird von den Angehörigen der herrschenden Klasse geradezu verlangt. Sie müssen versuchen, das Sehen, Hören und so weiter für die ganze Gesellschaft mitzumachen. Aber jemandem, der eine Knarre in der Hand hält, sagen die Menschen in der Regel nur, wovon sie annehmen, dass er deswegen nicht den Auslöser ziehen wird. Das heißt, man könnte zusammenfassen, dass das NAFU-Prinzip beschreibt, wie die Kommunikationsstrukturen in vertikalen Organisationen funktionieren oder eben nicht funktionieren, also aus Angst dann immer von unten nach oben ausgefiltert wird, in der Praxis also am häufigsten einfach gelogen und dass je weiter oben sich jemand in dieser Pyramide befindet, also ein immer verzerrteres Bild von der Welt bekommt. Das heißt, zum Schluss sind diejenigen, also zum Schluss wissen diejenigen, die die Entscheidung treffen, immer weniger, was eigentlich los ist und diejenigen, die es eigentlich mitbekommen, kennen eigentlich auch nur ihren Ausschnitt und sollen im Grunde auch selbst gar nichts entscheiden. Wilson schreibt, so geraten wir in eine Situation, die bei der Armee Optimum NAFU genannt wird. Die oben erfahren nie etwas, was sie veranlassen könnte, den Informanten zu bestrafen und die unten halten den Mund über all das, was sie tatsächlich mitkriegen. Bei Autorität handelt es sich um eine Beziehungsqualität, die der Anerkennung bedarf. Also man könnte salopp sagen, Autorität ist, wenn keiner an der falschen Stelle lacht. Hierarchien versuchen also